Heute versuchen wir den Rodiana Blaster freizuspielen, weil viele gefragt haben, wie funktioniert das? Nochmal hier eine Erklärung, wie gesagt, ihr kauft euch den Auftrag und hier ist jetzt eine Aufgabenliste. Schalte in einer Runde 15 Gegner mit einem Blaster-Pistole aus und dann unterunter erziele im Modus Gefecht 30 Kits mit Pistolen. Und das werden wir jetzt probieren. Zoro-Sub-Anlage Gefecht. Ich habe mittlerweile übrigens den Farbton angepasst von Ingame. Das heißt, die Farben sind nun wieder schöner, heller, knackiger. Oh, ich muss den mit einem Blaster töten. Ich trottel. Das haben sich in der letzten Folge nämlich viele gewünscht. Weil ich gerade verwirrt bin. So, Moment. Außerdem wollte ich meine Hand ändern. Ich habe hier noch eine Blaster-Pistole, wie ihr seht. Die habe ich mir auch geholt. Die ist auch neu. Aber ich glaube, die kostet 750 Credits. Ist gar nicht so viel. Und ich habe mittlerweile den Adrenalinrausch. Was der macht, zeige ich bestimmt noch in der Folge. Wenn nicht, wäre es komisch. So. Ähm. Ja, wo sind jetzt die Gegner? Ich will mal gerne die Blaster-Pistole ausprobieren. Denn das habe ich noch gar nicht. Wow. Zwei Schüsse oder so. Und der Gegner war weg. Aber ist, glaube ich, eine krasse Nahkampfwaffe. Manchmal muss man mit der Strohflinte halt sehr nah an den Gegner. Ich lasse mich gerade immer von hinten töten. Das gibt es nicht. Ich lasse mich gerade andauernd von hinten töten. Ich bin echt ein kleiner Trottel gerade. Ein kleiner, kleiner... Oh, oh. Ja. Ich habe den nicht gesehen, weil ich auf meinen Kollegen geachtet habe. Ich mache gerade solche Fails. Ah, hebe ich das auf. Wenn ich das nächste Mal viel Leben verliere, dann mache ich Adrenalinrausch an. Denn Adrenalinrausch heilt mich quasi sehr gut. Beziehungsweise meine Heilung ist dann sehr krass. Aua. Hä? Woran? Oh. Oh. Was ist hier los, Leute? Was ist hier los? Ein Hund im Büro. Ein Hund im Büro. Ha. Ich habe hier doch noch rote Dings gesehen. So, jetzt habe ich so einen gelben Rand um mich herum. Das heißt, es ist aktiviert. In der Zeit heile ich mich sehr krass. Oh, der ist schon gestorben. Ich muss ja... Ich nehme mal... Ich nehme mal die Blasterpistole, weil ich finde diese Blasterpistole echt sehr gut. Ich persönlich finde die echt knorkel. Hätte schwören können, da war eben einer. Genau da. Okay, die macht nur zwei Schüsse. Die macht nur zwei Schüsse. Okay, okay. Muss ich mir merken. Hier oben war, glaube ich, auch ein Fraggle-Deggle. War hier ein Fraggle-Deggle? Hallo. Oh, das Ding haben wir. Das tötet nicht. Warum killt das so eine Riesenexplosion? Killt nicht? Hä? Okay, ich verstehe das Ding noch nicht so ganz. Ich verstehe es noch nicht so ganz. Hallo. Hallo. Wo ist der Typ hin? Ich habe mich extra geheilt. Weißt du, ich habe mich extra geheilt, weil ich dachte, das rettet mir den Arsch. Dabei hat es mich gar nicht gerettet. Das war eigentlich unnötig, Mann. Ich hoffe, die Farben vom Video passen nun so. Wenn ihr das letzte und dieses Video vergleicht. Übrigens ist das auch eine neue Map. Hier haben wir schon gespielt. Ne, ne? Ah, sind die Farben besser. Jetzt hätte Adrenalin-Rausschmier geholfen. Aber ich glaube, ich hätte den Kill dann vielleicht nicht bekommen. Erzählte 10 Kills mit Blasterpistole. Ja, nice. Ich müsste jetzt eigentlich was bekommen. Ich wechsle mal. Ich will jetzt nicht. So, hallo. Ja, ja. Nimm mir ruhig meinen Kill, ne? Geht ja mal gar nichts. Normalerweise müsste ich jetzt, ähm... Hier den Auftrag sehen. Der ist bei 84%. Das heißt, ich muss nur noch Leute töten. Mit Blasterpistolen. Bam. Die Hälfte ist geschafft. Nein. Mich hat eine 100-Rakete getötet. Wo kam die denn? Ach, der hat sich im Nahkampf selber umgebracht, um mich zu töten. Das ist auch eine harte Nummer, ja? Das ist auch eine harte Nummer. Selbstmordattentäter. Das kann ich nicht gut heißen. Da, mit dem Ding können wir auch die Leute töten. Denn das ist ebenfalls eine Blasterpistole. Das zählt dann mit. So, den haben wir. Komm her! Beide daneben. Nein! Wie kann man denn so schlecht sein, wie ich gerade? Aaaaaah! Ich kriege ein Kind! Ich bin verwirrt. Sehr gut geziert. Sehr gut geziert, immer noch. Dann bist du ironisch gemeint. Nein! Jetzt tötet das Ding, oder was? Wenn ich selber mich aus Versehen... Aaaaaah! Die Fails, die ich mache, sind mal wieder super. Super! Hallo, Gegner! Wie viel Prozent haben wir jetzt schon? 96. Das heißt, wir haben es eigentlich gleich geschafft. Oh, ich habe den sogar mal weggenatzt. 98 Prozent. Komm schon! Komm schon! Ich brauche einen Gegner. Ach, da oben! Ich habe den nicht gesehen! Ich brauche doch nur einen Gegner. Ich brauche doch nur einen verdammten Gegner. Los, ich muss voran hier. Das ist immer so. Wisst ihr, wenn ich einen Gegner da noch brauche? Finde ich keinen. Geht doch. Geht doch. Kann mich jetzt wer töten mal eben schnell? Bitte? Hallo? Hallo? Nee, keiner da? Kann doch nicht wahr sein. Jetzt tötet mich hier keiner, oder was? Ja! Okay, okay. 85 zu 45. Noch kann ich die Blasterpistole vielleicht spielen. Da ist sie. Die T-12. Haben wir jetzt freigeschalten. Schießt nicht sehr schnell und überhitzt auch nicht so schnell. Aber sie schießt auch nicht so schnell. Jetzt sind hier keine Gegner, wo ich sie testen kann, wa? Aua, 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 wo? Ach, da war ein Geschütz und ich habe es nicht gesehen, weil es dieselbe Farbe wie das Stein hatte. Ach, ich habe heute einen guten Tag. Ja, ja. Heute habe ich einen sehr guten Tag. Bitte, bitte, bitte. Ich will noch unbedingt die Pistole testen bei irgendeinem Gegner. Bitte, bitte. Bitte, 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 Mann. Nein, hört auf zu sterben, ihr Schweine. Okay, drei Schüsse ist echt lange, muss ich sagen. Ich finde drei Schüsse lange. Als ob ich schon wieder durch mich selbst gestorben bin. So hoch ist das doch nicht, dass er selber verreckt. Ich kriege ein Kind. Ah, nicht nur eins. Ich kriege zehn Kinder. Und ich nenne sie alle Dummidum. Nein, da ist ein Kollege. Da ist ein Gegner. Ah, ah, ah. Wow. Ich habe richtig gut getroffen. Respekt an mich selber. Die Schüsse gerade perfektioniert auf Töten. So, gestorben bin ich echt ein bisschen viel, weil ich so hart gefehlt habe. Ich weiß nicht, wie viel oft. Bestimmt fünfmal habe ich mich selber gekillt. Ich habe mich, glaube ich, fünfmal selber getötet oder so. Ah. Ah, ich bin so ein Trottel. Ah, aber wir haben 21 Kills gemacht. Und damit die Pistole freigeschalten. Aber ich glaube, so stark ist sie gar nicht. Also, ich fand die jetzt nicht so krass. Die brauchen... Nee. Drei Schüsse. Ja, hat der Gegner mich schon weggeknallt mit einem E-11 Blaster, habe ich das Gefühl. Zwei Waffen fehlen mir jetzt noch. Und zwar einmal diese Blasterpistole. Der DL... Ähm... 18. Die macht nicht zu viel Schaden. Hat aber eine krasse Kühlkraft. Deswegen weiß ich gerade nicht. Und die Feuerrate ist auch besser. Hier ist die Feuerrate ja echt... Das heißt, die schießt wahrscheinlich schneller. Muss ich mal schauen. Und die würde ich gerne freischalten. Und dann noch dieses... Äh... Die Sniper. Ich glaube, die Sniper kann man am besten vergleichen mit... Äh... Mit... Mit... Wo ist sie denn? Mit der T21B. Macht nur nicht so viel Schaden. Hat auch nicht so eine krasse Reichweite wie die. Dafür ist die Kühlkraft besser und die Feuerrate. Das heißt, du kannst damit halt... Ähm... Wahrscheinlich sehr schnell schießen. Es wird eine sehr schnelle Sniper sein. Nicht so wie bei der hier. Ein Schuss und dann musst du aufladen. Dazu gibt es noch die Rauchgranate, die man jetzt natürlich spielen kann. Demnächst. Muss man mal schauen, ey. Die Dioxysgranate. Und, und, und. Damit wir übrigens die Karten, die wir haben, noch auf Stufe 2 bekommen, müssten wir entweder 7.000 oder 8.000 Credits ausgeben und wieder eine Mission erfüllen. Aber das ist nach und nach. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es euch gefallen hat, ja, Bewertung dalassen, Kommentar und bis zur anderen Folge. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.